So Freunde, neuer Vlog. Wir haben jetzt 6.45 Uhr. Für uns geht es jetzt gleich nach Deutschland. Ich habe gestern schon versucht den Vlog anzufangen, habe aber leider nicht mehr geschafft irgendwas zu filmen außer das Intro, weil wir einfach so extrem viel zu tun hatten. Ja, müssen wir auf jeden Fall nach Deutschland. Wir haben dort ein paar Termine, die wir abklappern müssen. Unser Flieger geht um 14.40 Uhr. Ich lade jetzt gerade noch das eine YouTube-Video hoch, was ihr jetzt sehen werdet am Dienstag, beziehungsweise es wird schon hochgeladen sein, also schaut es euch an. Wenn du dieses Video siehst, wirst du reich, ist der Titel. Ja, und wir müssen eigentlich auch noch einen Podcast abfilmen, aber es ist ein bisschen, sage ich mal, schwierig auch vor allem, ja, um diese Uhrzeit noch mal ein bisschen wieder zu Sinn zu kommen und danach sofort produktive Gespräche zu führen und so weiter. Aber müssen wir eigentlich noch machen, deswegen auch hier sofort ein Cold-Pro tanken. Und ansonsten, Freunde, nehmt euch wieder mit, wieder ein Business Class Flug nach Deutschland. Dann nehme ich euch mit zu den Terminen. Dann ballern wir wieder ein paar Autotalks und schauen einfach mal so, wie die Atmosphäre gerade in Deutschland ist. Und dann könnt ihr ja mal gucken, wie das hier gerade in Dubai ist. Also ich schaue gerade raus, Klimaanlage ist an. Wir haben wahrscheinlich, ich weiß nicht, 28, 29 Grad gerade. Und Deutschland ist vielleicht, weiß ich nicht, 5 bis 10 Grad. Also wird schon heavy, aber hat auch seine Vorteile und deswegen, Freunde, schauen wir einfach so, was in diesem Vlog abgeht. Eine ganz übliche Workweek, wie immer. Let's go. In dieser Situation. Ja. Ich sollte das Leben lieber schätzen. Wie, sage ich mal, unverantwortlich oder wie fahrlässig ist das, dass wir jetzt einfach hier, dass ich in einem Auto sitze mit jemandem, wo es einfach regnet und wir dann auf die Idee kommen mit einem, das war ein 600 PS Auto, dann da irgendwie Vollgas zu geben und so weiter. Warum habe ich nicht vorher gesagt, nein, Alter, mit mir fährst du so nicht beispielsweise. Oder weil ich habe das ja selber, ich sage nicht, dass die Person schuld ist, aber ich habe ja selber, sage ich mal, meinen Beitrag dazu geleistet, weil ich ja selber auch dieser energische Typ war und das ja natürlich auch cool war und so weiter. Aber dann in dem Moment habe ich dann realisiert, Digga, no fun and games. Das ist Reality. Ich wäre jetzt dead gewesen. So, Podcast Clips habt ihr jetzt gesehen, haben wir aufgenommen. Äh, ja. Bisschen schwierig morgens früh, aber ich denke mal, übelst niceer Talk geworden. Deswegen guckt den auf jeden Fall durch. Unconditioned belief, Beziehung und so weiter, Freunde. Wenig Zeit, wir müssen zum Flughafen. So, Freunde, wir sind kurz davor zu landen. Ich hätte euch gerne mitgenommen, euch ein paar Szenen gezeigt oder die Kamera aufgegangen und mal doch gemacht. Aber wie ihr wahrscheinlich schon in der Instagram-Story gesehen habt, ist das kleine Block-Objektiv kaputt gegangen. Deswegen filme ich gerade auch mit dem 24-70er. Also, es ist ein riesiger Klopper. Also, es funktioniert auch wirklich schlechter. Ähm, ja. Aber meistens ist es so, dass wir uns einen Film anschauen und ein bisschen chillen, einfach talken, bis das Essen kommt. Dann ist das Essen vorbei. Und danach fangen wir an zu worken. Ich habe heute an der Ausarbeitung von der Superior Life, sage ich mal, New Year Challenge gearbeitet. Also, wir sind das bestmögliche Fundament aufzubauen, um dann ins neue Jahr zu starten und dann komplett zu rasieren, weil die meisten Leute sind ja Neujahrsvorsitzender und so weiter. Bei uns fängt es schon früher an. Und wie gesagt, diese ganze Challenge mit den Regeln und was man gewinnen kann und so weiter, habe ich halt hier jetzt gerade rausgearbeitet, beziehungsweise habe ich angefangen, was zu arbeiten. Und ja, das wäre mir dann fertig. Vielleicht zeige ich euch ein bisschen davon. Oder erzähle euch nochmal ein bisschen davon. Aber so sieht es dann letztendlich aus, wie ich auch schon vorher im Talk mal gesagt habe, Business Class ist einfach nice. Man kann entspannen, man kann arbeiten, man kann alles tun, worauf man Bock hat. Geil gegessen, geiles Steak gehabt, richtig nice. Das ist besser als in 80% der deutschen Restaurants. Deswegen bin ich schon happy. Und ja, Freunde, so sieht es aus. Wir sind back in Germany. Wir haben hier viel Work zu tun. Wir müssen ein paar Sachen erledigen. Und ja, ich würde euch sagen, dass ich euch einfach die nächsten Tage einfach mal ein bisschen wieder mitnehme. Let's go! So, Freunde, und so sind wir wieder back im Office, back to daily business. Ja, Deutschland, schlechtes Wetter. Genauso wie wir ungefähr im Podcast sehr gecallt hatten. Aber wie ich schon auch im Podcast gesagt habe, ist es einfach nur ein letztendlich geiles Grindwetter. Jetzt beginnt die Winterhack, wie es die Leute so gerne betiteln. Und ich bin immer noch am Ausarbeiten der Superior Life Challenge, wo wir so gesehen ein perfektes Fundament für das neue Jahr bauen und natürlich noch weiter extenden. Nicht wie die allen anderen, die sich nur Neujahrsvorsätze machen und dann erstarten. Fangen wir schon viel früher an. Da machen wir natürlich auch eine Challenge draus mit gewissen Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das heißt, man setzt sich ein körperliches Ziel, ein unternehmerisches Ziel, ein Trading Ziel und so weiter. Und dann wird anhand dessen halt letztendlich dann ausgewertet, wer gewonnen hat. Und dann bin ich bzw. mein Team letztendlich an der Belohnung beteiligt, sodass wir dann dem Unternehmen dann helfen, dann wirklich zu launchen, das Produkt nochmal verbessern und so weiter. Oder dann halt einfach nur Preisgeld geben und theoretisch gesehen in das Unternehmen dann rein investieren, ohne dann letztendlich dafür irgendwelche Prozent oder was auch immer zu nehmen. Ja, und so sieht es aus. Und dann noch natürlich mit ein paar Content Creators dann eine Challenge, dass der letztendlich beste Content Creator am Ende dieser Zeit dann auch bei uns eingestellt wird und für uns Content Creator ist und so weiter. Also auch da, was letztendlich sehr, sehr geil ist. Ja, muss ich uns aber natürlich super gut überlegen, wie, wo, was wir alles machen. Und es geht bei dieser Challenge nicht darum, dass du am meisten Geld verdienst und du die besten Ergebnisse hast und deswegen gewinnst, sondern von seiner Ausgangsposition wer den größten Wachstum macht. Und das wird dann letztendlich in der Menge höchstwahrscheinlich dann ausgewotet, wenn wir das selber natürlich nicht uns aussuchen. Wir möchten natürlich auch nicht unfair oder was auch immer irgendwie sein oder dass irgendwelche, sage ich mal, Meinungen sich da scheiden und wir dann beispielsweise jemanden auswählen und sagen, du hast gewonnen und die anderen Leute sagen dann, nee, so war das gar nicht. Deswegen werden wir das höchstwahrscheinlich so handhaben, dass die Leute einfach voten werden. Nach dem Prinzip 50 Leute, 100 Leute, wie viel auch immer machen mit. Und jeder kann ein voten, außer sich selber natürlich so. Und dann hat jeder Zugriff zu dieser Transformation so gesehen beziehungsweise jeder kann dann einsehen, wer was gemacht hat, wer wie weit gekommen ist, seine Story lesen und so weiter. Werden wir uns alles, sage ich mal, noch einfallen lassen beziehungsweise haben wir uns schon überlegt, dass dann Texte geschrieben werden und vorher, nachher Bilder und dies, blau und jenes. Ich kann natürlich jetzt hier nicht zu viel erzählen. Aber, ja, dass die Leute dann letztendlich selber aussuchen können, wer dann gewonnen hat und so weiter. Dann ist es auch, glaube ich mal, was ganz Geiles, auch für die Community selbst, zu sehen, wie alle growen und im Endeffekt gewinnt jeder. Weil selbst wenn du am Ende nicht gewonnen hast und das Preisgeld kriegst oder unsere Beratung kriegst, sage ich mal, ein, zwei, drei Monate unserem Management bist oder nicht die DaVinci-Lizenzen oder dann letztendlich als Content Creator bei uns eingestellt wirst, was auch immer es ist, wenn du nicht gewonnen hast, dann hast du letztendlich trotzdem aber Wachstum ausgelöst, indem du gegrindet hast und gegrowth hast. So, ob du dein eigenes Unternehmen dann ausgearbeitet hast oder irgendwelche neuen Skills gelernt hast, ist im Endeffekt ja scheißegal. Du hast übelst gegrindet und du bist besser geworden. Und das ist letztendlich das Wichtige. Nicht das Preisgeld. Das Preisgeld ist nur ein Bonus für den Biggest Hustler, in Anführungsstrichen. Aber für einen selber ist da einfach nur der Grind und das Durchziehen und das Selbstvertrauen zu wecken, das Selbstbewusstsein in sich selber zu wecken, dass man sagt, ey, ich kann das. Ich habe es jetzt geschafft durchzuziehen. Ich habe jetzt zwar einen Vorwand, eine Challenge, was dann Leuten natürlich dazu bringt, dass es denen dann letztendlich leichter fällt, aber ich habe es trotzdem selber durchgezogen. Ich bin trotzdem dann jeden Morgen selber aufgestanden, habe jeden Morgen dann selber meine Bücher gelesen, habe den Pumpen gegangen, habe mein Business weiter vorangetrieben und so weiter. Dafür war niemand anders verantwortlich. Ich habe zwar die Challenge ins Leben gerufen, Leuten den Arschtritt zugesehen gegeben, aber jeder hat letztendlich dann selber dafür gesorgt, da noch wirklich extrem zu grinden. Und deswegen ist es einfach nur ein Win-Win für alle und deswegen auch was ganz, ganz Geiles und das werden wir öfter fahren. Und ja, so sieht es letztendlich aus. Wir sind hier am Grinden, wie gesagt, ich arbeite das geradeaus. Dann muss ich noch ein bisschen was recorden und ja, dann ist es wahrscheinlich auch für den Tag schon Grind-technisch gelaufen. Vielleicht gehe ich heute Abend noch mit Charlene ins Kino. Morgen habe ich einen Termin in Frankfurt, vielleicht nehme ich euch da mit. Einfach zack, wieder an die Autocam und dann wieder da einen Talk. Höchstwahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Und ja, so sieht es letztendlich aus, Freunde. Deswegen, einfach wie immer, Deep Grind, Reality. Nicht jeder Tag ist ein, boah, wir machen Jacht-Party und hier und flexen und so weiter. Der Alltag sieht letztendlich so aus, dass man einfach extrem viel grindet. Ganz einfach. So, und das ist die Reality. Und falls ihr euch noch nicht den Podcast angeschaut habt, der Podcast hat leider sehr wenig Views bekommen. Aber Freunde, wenn ihr dieses Video seht, ich empfehle euch wirklich, euch diesen Podcast anzuschauen. Da ist so eine heftige Knowledge drin, so heftige Value, die euch, sage ich mal, die Augen in vielen Aspekten öffnen könnte oder vielleicht inspirieren könnte, selber weiterzumachen, noch weiterzugehen und so weiter. Deswegen, ich empfehle euch einfach nur nochmal den Podcast anzuschauen. Also, das ist der Podcast, der zweite, nicht der erste. Das war ein extrem heftiger Talk. Schaut euch den an, Freunde. Und ansonsten, mache ich jetzt mal weiter. Ich grinde. und vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Sequenz im Auto. Vielleicht nehme ich heute noch irgendwie was auf. Höchstwahrscheinlich nicht. Wie gesagt, ich bin extrem beschäftigt. Ja, aber ansonsten morgen den Auto Talk und das ist auch wie immer dann der Daily Grind, Freunde. Let's go. Wir sind jetzt auf dem Weg und wir brettern nochmal den Auto Talk, wenn wir schon jetzt in Deutschland sind. Wir sind auf dem Weg ins Kino, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich habe euch nicht mehr mitnehmen können und irgendwie B-Roll zeigen können vom Grind, vom Recorden und so weiter. Das ist ein positives Zeichen für mich, weil ich einfach so extrem fokussiert auf den Grind bin und sowas dann außen vor lasse. Aber natürlich auch negativ, weil ich euch dann weniger zeigen kann. Aber im Endeffekt, Freunde, der Grind geht natürlich vor. Ich versuche euch trotzdem aber natürlich bestmöglich immer mitzunehmen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, wie jetzt gerade, dass ich mir die Zeit nehme für diesen Auto Talk. Und ich habe mir für diesen Auto Talk was ganz bestimmtes überlegt. Und zwar Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Was hat es damit auf sich? Erstmal, meine Meinung zur Law of Attraction. 100% Daseinsberechtigung. Ist gut, sollte man auf jeden Fall machen. Alles, was ihr gehört habt, denke an Geld und du wirst reich oder denke an Gesundheit und du wirst gesund sein und so weiter. Auf jeden Fall 100% ja. Aber warum vertraue ich darauf beziehungsweise warum hat es für mich seine Daseinsberechtigung? Weil, umso mehr du an etwas denkst, das heißt beispielsweise Reichtum ist immer ein gutes Beispiel, weil ohne Reichtum kannst du dir nicht dein Leben ermöglichen. Du hast keine Möglichkeit. So. Du denkst immer an Reichtum. Du willst erfolgreich werden, du willst reich werden, du willst viel Geld haben, damit dir jede Tür offen steht. Und du denkst immer daran, ich will reich werden, ich will reich werden, ich will reich werden. Du wirst aber dadurch nicht reich. Das musst du verstehen. Darauf kommen wir gleich. Aber, das was passiert ist, du nimmst diesen Belief so heftig an, dass du anfängst, dein Denken anhand dessen anzupassen, wenn du stark genug bist. Ich sag mal, Leute, die ein bisschen weniger im Einklang mit sich selbst sind, können so viel denken, wie die wollen, aber ihre Taten werden trotzdem vom Unterbewusstsein kontrolliert werden. Aber, wenn du dir selber bewusst bist und immer daran denkst, wird dein Handeln anhand dessen ausgerichtet, anhand dem, woran du natürlich denkst, was du dir vornimmst, was für ein Ziel du erreichen möchtest. Und du nimmst diese Überzeugungen an und du fängst an, diese Überzeugungen zu leben. Aber das passiert dann nur, wenn du anfängst, auch die nötigen Taten umzusetzen, die nötigen Entscheidungen zu trennen, die Risiken einzugehen und so weiter. Das ist dann der andere Kuchen, von dem niemand was erzählt. Und nur in dieser Kombination funktioniert das Gesetz der Anziehung. Das heißt, dass du daran glaubst und daran denkst und es zu deiner neuen Realität annimmst, aber gleichzeitig auch die nötigen Entscheidungen in der Realität ausübst, um auch das Ziel zu erreichen. Denn du kannst so viel beten und hoffen und daran glauben, wie viel du willst. Du wirst es aber nicht erreichen, wenn du nicht anfängst zu machen. Wenn du immer daran denkst, dass du reich sein willst, du wirst nicht reich. Du musst die Taten umsetzen, um Reichtum zu erlangen. Das heißt, du denkst immer daran, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden, ich möchte reich werden. Dein Verstand nimmt dieses Denken an. Wenn du schlauer bist, fängst du an, darüber nachzudenken. Okay, ich glaube jetzt daran und ich weiß, ich habe die Möglichkeit, aber ich werde so nicht reich. Was muss ich tun? Aha, ich muss die Person werden, die reich ist. Wie ist die Person, die reich ist? Dann fängst du an zu tüfteln, zu grübeln. Was machen die Personen, die reich sind? Was machen die? Business beispielsweise. Aha, du fängst an, dein Interesse da rein zu locken und so weiter und so weiter. Das heißt, du gehst einfach voller Kraft voraus, nach vorne, ganz stumpf gesagt, dass du einfach Lösung für Lösung für Lösung für Lösung mit in Betracht ziehst beziehungsweise immer weiter runterbrichst. Wie gesagt, du willst reich sein, okay, dann muss ich wie die Person sein, die reich ist. Wer ist reich? Diese Leute. Was machen diese Leute? Die sind selbstständig oder haben einen gut bezahlten Job, was auch immer. Okay, gut bezahlten Job, habe ich irgendwelche Qualifikationen? Nein. Okay, dann muss ich selbstständig werden. Was brauche ich für Selbstständigkeit? Skill. Okay, welche Skills habe ich? Kein? Okay, ich muss einen lernen. Boom. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, nicht einfach nur daran glauben und denken, sondern auch dein Handeln danach ausrichten. Ich selber habe damals auch immer den Belief gehabt, ich werde reich, ich werde reich, ich werde reich. Hatte ich schon seitdem ich jugendlich war, also wirklich, keine Ahnung, seitdem ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich schon gesagt, dass ich Millionär wäre, aber schon mit 13, 14 noch immer wieder dann, ich werde in diesem Leben reich, ich werde selbstständig, ich werde dies, ich werde das, also immer mein Leben so gesehen schon danach ausgerichtet. Aber es ist nie etwas passiert. Nie ist irgendetwas passiert, bis ich angefangen habe zu realisieren, okay, Glauben, Hoffnung, Beten bringt mir nichts. Ich muss Taten umsetzen, ich muss Taten sprechen lassen, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Und das habe ich dann letztendlich realisiert. Und das ist diese Kombination. Gesetz der Anziehung, schön und gut, glaub daran. Dein Handeln, beziehungsweise dein Denken, wird sich wahrscheinlich dann danach ausrichten und danach wird das Handeln hinterher kommen. Höchstwahrscheinlich, wenn du stark genug bist. Wenn du aber ein Weakling bist, oder nicht so, wie gesagt, stark mit deiner Psyche bist, dann wird nichts passieren. Dann musst du selber, wirklich einfach nur knallhart, die Taten umsetzen. Und, so funktioniert das. Wenn Leute euch erzählen, glaubt und hofft daran, und setzt euch hin, und meditiert, und ihr werdet erfolgreich, ja, dann, Leute, die wollen euch verarschen, die wollen euch irgendeinen Kurs anreden, oder was auch immer, und ihr euch am Ende dann, ja, werdet ihr dann am Ende gescant. So. Ich habe früher selber, wie gesagt, daran geglaubt, und ich bin jetzt der Überzeugung, dass es nicht so ist. Einfach ein super Beispiel, was man, womit man theoretisch gesehen, das entkräften kann, wenn jemand sagt, ja, du musst einfach nur daran glauben, und dann wirst du reichen. Was ist denn Geld? In welcher Frequenz, wenn Gesetz der Anziehung basiert darauf, dass wir das anziehen, also in welcher Frequenz wir uns begeben, das ziehen wir auch an. Wenn ich positiv bin, ziehe ich positive Dinge an. Wenn ich reich sein will, ziehe ich Reichtum an beispielsweise. Aber, was ist denn Geld? Geld ist etwas von Menschen erschaffen. Welche Frequenz hat Geld? Hat Geld überhaupt eine Frequenz? Weil Geld wurde ja von uns Menschen erschaffen, dann gibt es ja ganz deep, so gesehen in der Nature, keine eigene Frequenz für Geld, was ich anziehen kann. Aber das, was ich anziehen kann, ist Glück, Gesundheit und dies und blau und in. Das ist nach dem Motto Placebo. Wenn ich mir selber einrede, ich bin gesund, dann denkt mein Körper auch, dass er gesund ist, beziehungsweise tut alles dafür, dass man gesund ist. Das kannst du machen, ja, aber solche Sachen wie Geld oder sowas nicht. Aber, wie du Geld und Reichtum so gesehen manifestieren kannst, indem du daran glaubst, dass du in einer bestimmten Fähigkeit einfach extrem, extrem gut wirst. Das heißt beispielsweise, du nimmst dir vor, du willst ein Verkäufer werden, dann entwickle den Belief, der beste Verkäufer zu sein. Und dann führst du der beste Verkäufer, weil du nimmst dieses Leben an, du lebst diese Rolle, du bildest dich weiter, du triffst die Entscheidungen, die notwendig sind, du übst das aus, was notwendig ist und so weiter. Und dann wirst du ein guter Verkäufer. Und weil du ein guter Verkäufer bist, wirst du dann Geld haben. Und Verkäufer sein, wird jetzt jemand sagen, was ist denn Verkäufer sein für eine Frequenz? Ist auch keine Frequenz, aber, was ist denn notwendig, um verkaufen zu können? Gut mit dem Mund umgehen, das was von uns Menschen gegeben ist, also beispielsweise gut zu sprechen, sich gut zu präsentieren, eine gute Energie zu haben, gute Aura, gute Stimme und so weiter, das alles was menschlich ist und das kannst du entwickeln und besser werden. Und dann nimmst du diesen Skill so gesehen an. Du hast den Belief, ich werde der beste Verkäufer und du nimmst alles an und du wirst es, weil du es dann lebst und dann wirst du erst reich. Das heißt, du musst theoretisch gesehen eine Fähigkeit manifestieren oder beziehungsweise an eine Fähigkeit glauben, die du meisterst, damit du am Ende damit dann das Geld verdienst. Aber wie gesagt, kannst du viel glauben, wie du willst, dass du ein erfolgreicher Verkäufer wirst oder dies und bla und jenes. Du wirst aber trotzdem nicht erfolgreich, wenn du nicht die Taten umsetzt. Wie gesagt, einfach nur daran glauben, reicht nicht. Macht, Freunde. Und das ist die Message, die spreadet. Mach, mach, mach. The magic you're searching for is lying in the work you're avoiding. Das ist die Magie, die du suchst oder beziehungsweise nach dem Glück, nach dem, das Glück, nach dem du suchst, liegt in der Arbeit, die du versuchst zu vermeiden. Also, du kommst nicht daran vorbei. Hard work, grind. So oder so. All day, all night. Und so sieht es aus, Freunde. Und ich denke mal, das war's für den Blog. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, vielleicht noch mit der Challenge, wie das verknüpfbar mit der Challenge ist. Weil viele von euch da draußen hoffen wahrscheinlich, dass das nächste Jahr besser wird, wenn dieses Jahr nicht so gelaufen ist, wie man sich gewünscht hat. Aber das ist ja auch so eine Sache, wie man sich's gewünscht hat. Weil man hat im Endeffekt wahrscheinlich zu 80 Prozent einfach nicht umgesetzt und einfach nichts gemacht. beziehungsweise nicht zu seinen Zielen gegangen. und einfach jetzt zu Hause zu sitzen und zu hoffen, dass das nächste Jahr besser wird, wenn man sich dann im Januar hinsetzt und sich irgendwelche Affirmationen und Ziele fürs nächste Jahr aufschreibt, dann ist es schon zu spät. Genau. Und genau deswegen sollte man das jetzt schon in sein Hirn reinbrügeln. Genau. Dass sich nichts verändern wird, wenn du es dir einfach nur sagst, dass du etwas verändern möchtest. Beziehungsweise, dass das deine Affirmationen sind. Das wird dich nicht weiterbringen. Und das nächste Jahr wird dann wahrscheinlich genauso aussehen, wie das diesjährige. Genau. Und es passt ganz gut zu der Challenge, die wir machen. Genau. Und am Dienstag kommt genau zu dieser Thematik ein heftiges YouTube-Video. Nicht diesen Dienstag, sondern nächste Woche Dienstag. Also jetzt, wenn ihr das jetzt seht, Sonntag wird das hochgeladen, der Vlog. Und dann die nächste Woche der Dienstag. Und diesen Dienstag, also jetzt kommt auch ein richtig, richtig geiles Video, Freunde. Darauf könnt ihr euch freuen. Wieder psychologische Knowledge des Grauens. Deswegen checkt das auf jeden Fall auch ab. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Checkt die Podcasts ab. Heftige Value, wie ich schon gesagt habe. Checkt die Talking-Videos ab. Heftige Value. Alles for free, Freunde. Ja, und so sieht es jetzt endlich aus. Deswegen, gebt Gas, Freunde. Und holt euch das, was euch zusteht. Haut rein. De